Die Kiste ist gleich voll, ne? Die wird mal voll, was? Ja! Oh! Wir haben wirklich alles, was wir hier gesammelt haben, ist in dieser Kiste. In dieser kleinen, einzelnen Kiste. Sticky Resin, wo hast du das her? Das kriegst du von Gummibänen, wenn man die abbaust. Oh, okay. Das braucht man auch für irgendwas. Ich glaub, da kannst du diesen Rubber nachher draus machen. Ja, kann sein. Ähm, ja, fuck. Was machen wir denn jetzt? Jetzt bin ich ohne Witz am Überlegen. Kann man den vielleicht doch noch mit Kohle betreiben? Das Ding kannst du gar nicht mit Kohle betreiben, das hab ich versucht. Das geht nicht. Wie macht man sich diese, ähm... Pipe-Dinger? Stimmt, Pipes, die wollte ich nachdrucken, danke. Stone Waterproof Pipe? Pipe. Ähm, wir nehmen... Also du brauchst Stein, Glas, Stein. Das reicht. Also Clean Stone. Ja, ein Glas kriegen wir aber auch nicht. Haben wir kein Glas mehr? Wir nehmen das Stone Transport, ja. Wahrscheinlich. Nein, wir haben kein Glas mehr. Ja, dann müssen wir uns einen Steinofen machen, oder? Steinofen Pizza. Ja, würde uns nichts anderes... Wir haben sogar noch einen hier irgendwo drin. Ja? Ich mach trotzdem noch einen, geht's schneller. Oh man, wir sind voll, voll die Opfer gerade. Wir haben so viele geile Sachen, aber dann müssen wir uns so weiter... Ich pack' nur da Kohle rein, ich pack' da Sand rein. Äh, Stein, meinst du? Oder da Dings und dann packe ich da Sand rein. So. Jo, hm. Haben wir noch einmal? Äh, nee, aber... Doch, zwei Stück. Endlich viel Eisen. Echt? Hab ich gar nicht gesehen. Äh, dann... Warte, ich mach mir nochmal welche. Wie viel Eisen haben wir? Acht. Dann gib mir nochmal ein Eisen. Zack. Warte nochmal kurz. Sorry, Tieren. So. Und dann mach ich mir nochmal... Aus Bienenwachs kriegt man... Man braucht Bienenwachs, um diese Waterproof-Dinger zu machen. Okay. Können auch eine Iron-Transport-Pipe machen. Ich weiß nicht, was... Okay, ich hab jetzt mal fünf Eimer... Ah, nee, das ist die Geschwindigkeit und die Haltbarkeit von diesen Pipes, glaube ich. Hängt davon ab. Lava, Obsidian, Wasser. Gehst du dann runter, oder...? Äh, ja, ich geh jetzt, äh, zu meinem Lava-Obsidian-Wasser-Wegpunkt. Und hol mir da jetzt erstmal, ähm, fünf Lava-Eimer. Okay. Damit wir mal ein bisschen was haben. Oh, solange man diese Pipes... Oh, fuck, ich hätte vielleicht noch Essen mitnehmen sollen. Also ich hab Essen, aber nur Rohes. Das wäre vielleicht eine Idee gewesen. Ja, ich hab ja Essen, aber nur Roh. Wir haben jetzt hier so eine geile Pipe. Ich platziere die jetzt einfach mal hin. Also sie verbindet sich auf jeden Fall mit dieser Kiste. Ja, ich baue mich jetzt hier immer... Aber wenn ich hier irgendwas mache, passiert dann nix. Das hat nicht funktioniert, okay. Also es kann sein, dass man echt ein Control Panel oder so dafür braucht. Da sind ja... Da ist ja ein Turret, sollen wir uns einen klauen? Oh nein. Warte mal, wo war denn dieser Lava-Punkt jetzt? Ach, da unten. Aber ich sehe da zwei Turrets. Ähm... Kann es sein, dass die an den Strom angeschlossen werden muss? Ich bezweifel's ja. Was, die Geothermal-Generatoren an den Strom? Nee. Nee, die laufen auch mit Lava. Achso, ja, hab ich doch gesagt. Könnte sein, ne? Aber ich bezweifel's stark. Ja, ich weiß es nicht, ne? Aber ich finde auf jeden Fall ein bisschen Kupfer, ne? Sei mal froh, wir finden Kupfer, das heißt, unser Reaktor kommt immer ein kleines Stückchen näher mit jedem Kupferblock, den ich finde. Also Kupfer-Erz, weißt du ja nicht? Ist ja klar, dass ich hier keine ganzen Blöcke finde. Ich weiß gar nicht, ob man die in Blöcke machen kann. Nee, ich glaub die nicht. Bin zu müssen inzwischen Level 13 und du? Sechs, immer noch. Oh, Mann. Oh, Mann. Du musst in Dungeons, um zu leveln. Äh, warte, wo war jetzt dieser Wegpunkt? Da unten, einfach unter mir. Also irgendwie ist das, weißt du, ich hab zu Fabian noch gesagt, ja, lass uns das mal ein bisschen auseinanderbauen, damit wir uns da nicht so in die Quere kommen. Und er so, nee, passt schon. Kann er vergessen. Das ist unser Gebiet jetzt. Jetzt bin ich wieder in seinem Keller. Wieso komm ich denn, egal was ich mache, immer in seinen Keller? Das ist wirklich so. Ich bin schon wieder in seinem Keller, aber in einem anderen. Der hat ja aber irgendwo ein Turret, ich hab ihn gehört. Alter, das fuckt mich jetzt aber ab. Das will ich ja überhaupt nicht. Bloß der Wegpunkt ist 30 Meter unter mir. Ja, okay. Also, ähm, äh. Was soll ich da jetzt machen? Keine Ahnung. Geh ich halt wieder weg. Aber ohne Witz. Ich, ich weiß. Das ist ja. Also, einmal wollte ich, um zu gucken und zweimal bin ich jetzt schon rein, aus Versehen. Äh, Fackeln müssen wir natürlich setzen. Oh, da ist schon ein Block, den wir abbauen können. Zack, 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 zack. Okay, so. Da fährt noch überall Glas, das machen wir jetzt mal ganz schnell da hin. Ey, soll ich uns auch mal einen Wasserblock, äh, Wasserdings holen? Ne, ne? Wassereimer? Ja, nicht. Lieber fünfmal Laver. Nö, brauchen kein Wasser. Okay. Wir haben Notationenfluss. Ja, stimmt, wir haben so viel Wasser da oben. Wäre dumm, dass ich jetzt runtergehe und dann die Eimer dafür verschwende. Ähm, ja, äh, ja, wo gehen wir lang? Gehen wir da lang? Hier ist noch Eisen. Eisen? Ja, doch, Eisen, ne? Immer. Eisen, Eisen ist wichtig. Brauch mal. Kohle kann ich jetzt aber nicht immer mitnehmen, weil hier liegt so viel rum. Kann ich nicht alles immer mitnehmen. Ja, wir haben auch noch ein bisschen über... Wie viel haben wir? Über drei Stacks, glaube ich. Ja, okay. Geht noch. Dann gehe ich einfach das nächste Mal wieder los, wenn wir welche brauchen und hol die mit. Und hol halt immer so ein bisschen. Ich habe jetzt nämlich gerade im Moment nur neun Blöcke. Was habe ich jetzt hier? Vis-infused stone. So, damit sind wir erstmal... Ist das Haus erstmal fertig? Schön. Wie viel Stockwerker hat es jetzt? Zwei, ne? Was? Wie viel Stockwerker es hat, habe ich gefragt. Zwei, ja. Zwei, ja. Okay. Oben können wir den Wohnbereich machen oder sowas. Aua, ich will da nicht runterspringen. Ich habe keine Lebensregeneration mehr. Zwei, wo? 100 Meter unter der Erde. Yeah. Ja, nicht ganz 100 Meter, aber... Schon einiges unter der Erde. Ich glaube 50. Okay, ich bin schon wieder in irgendeinem Mining. Eieieiei, da sind ein paar Zombies, da möchte ich jetzt nicht hin. Ich habe keinen Bock zu kämpfen. Ja, ich habe nur noch 5,5 Perzen. Ja, ich bin noch ordentlich am Leben, das passt. Der setzt sich da jetzt einfach als Inventar, genau. So, ich guck mal wegen dem Nuke-Zeug, was wir da brauchen. Okay, jetzt habe ich 5 Lava-Eimer und komme wieder hoch. Bevor ich sterbe. Weg von der Lava, schnell. Und Lava auch nicht in die Hand nehmen, sonst setzt man die auch so Sinn irgendwo. Hey, wie kommt der hier ins Haus? Zombie? Hey, hey. Ja, komm, das passiert. Ist ein natürlicher Vorgang. Ist der da unten gespawnt oder was? Das war nur eine Frage der Zeit. Ja, keine Ahnung. Hast du vielleicht zu wenig Fackeln? Ich blend jetzt noch einiges. Ja, Fackeln. So, da liegt. Da liegt. Haben wir von oben oder? War das gerade für eine Aktion? Ey, soll ich den Slime töten? Oh, ne, der ist in die Lava gesprungen. Na, jetzt brauchst du ihn nicht mehr töten. Wow, wow, wow. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Der bleibt da unten bloß jetzt nicht. Ne, 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 der ist in die Lava gesprungen und sein Slime Balls, ne, einer. Vielleicht habe ich es gerade mit dem Uranium Ohr verwechselt. Einen Slime Ball hat er gedroppt, der liegt da jetzt noch. Den habe ich halt mitgenommen. Aber hier scheint ein Chunk zu sein, wo es Slimes sind. Weil hier welche rumlaufen. Ich höre das. Nuclear Reactor. Genau, was brauchst du das alles für? Also wir brauchen drei Chambers. Genau, drei Chambers. Und für die braucht man jeweils vier. Oh, wir brauchen Glowstone. Ja, also ich habe hier schon Portale gesehen, aber den Nether traue ich mir nicht. Na, geh mal zusammen rein. Irgendwann mal, wenn ich mein ganzes Zeug abgelegt habe. Reactor Chamber braucht mal, ja, die Copper Plates. Ja, eben. Und dafür brauchst du jeweils, und für eine Plate brauchst du eben acht Copper Dinger. Ne, ne, oder? Doch. Das teste ich jetzt. Doch, du musst acht in einem Ding machen und dann kriegst du da eine raus. Ist so. Vorher startet es glaube ich auch gar nicht. Oder macht irgendwas anderes. Das prüfe ich jetzt. Ja, viel Spaß. Ja, äh, was ist denn das jetzt hier? Wo komme ich denn jetzt hier an? Was braucht man denn noch? Und so einen Generator. Herr, Generator kriegen wir ja wohl hin. Ja, wir haben doch einen Generator. Den bauen wir dann einfach ab. Wir haben einen Geothermal Generator. Ja, fuck. Stimmt aber ja was. Ey, lass uns mal einen normalen machen. Generell wegen Strom. Alter, der zieht direkt acht. Okay. Jetzt sag ich doch. Mann. Warte. Was passiert, wenn ich da... Ach, scheiße. Okay, das hier scheint wieder Farbis Gebiet zu sein, weil hier steht schon wieder ein Turret rum. Ha, durchgerusht. Ähm, bloß wie komme ich hier wieder weg? Hä, wenn wir das meseraten, müsste da doch eigentlich... Lass mich raten, du hast das ganze Kopper schon gebrannt, ne? Wir hatten noch so... Keine Ahnung. Durchaus möglich, wieso? Ja, scheiße. Ähm. Geh mal kurz Kopper suchen. Ich hab welches, wieso? Weil ich glaub, durch den Meserator können wir das doch verdoppeln, oder? Sachen hab ich jetzt gar nicht mehr gedacht. Echt, diese... Ich dachte, wir bräuchten da noch ein ganz anderes Gerät für. Echt ging das mit dem Meserator schon? Ich weiß es nicht. Ob da zwei Dings rauskommen, sonst wär das ja unlogisch. Den zu meseraten und dann... Das dann nochmal irgendwie schmelzen zu können. Das wär ein bisschen unlogisch. Ja, ich versuch jetzt mal gleich zu dir zu kommen, bloß... Das ist irgendwie alles, ähm... Ein klein wenig... Komisch, sag ich mal. Ich werde vielleicht Fackeln mitnehmen sollen. Ach, scheiße. Ich wüsste halt zu gerne, wo ich bin. Und das finde ich hier irgendwie nicht raus. Ah, fuck, das war tief. Oh, ich bin direkt vor... Vor's... Kopper gefallen. Oh, das ist Gold, lass mich raten, das ist Gold. Ach, das ist Gold, fick dich doch. Äh, Gold. Mit sowas gebe ich mich ja gar nicht nach. Oh, nee, da ist wieder so ein Aggro-Zombie. Bitte komm nicht hierhin, bitte komm nicht hierhin. Ich hab Angst jetzt um die Ecke zu gucken, weil der wird da stehen und warten. Dann geh doch zurück einfach, geh doch weg. Du Hure, komm, komm, ich mach dich kalt, ich mach dich sowas von kalt. Alter, wie viel hält der denn aus? Ist ohne Ende. Und ich hab keine Fackeln mitgenommen. Ja, das ist natürlich doof. Das ist typisch Park. Jo, das wollte ich jetzt nicht sagen, aber irgendwie hast du recht. Selber was in Ohr brauchen wir alles nicht mehr. Also gerade nicht. Gibt Wichtigeres. Äh, soll ich eigentlich dieses ganze Nico-Lied mitnehmen? Vielleicht, nimm mal mit. Wobei, das braucht ordentlich Platz. Ja, eben. Vielleicht kann man das in Blöcke machen oder so. Ich fett das hier echt überall. Ich fett das hier gleich auch voll in die Lava rein. Ey, das ist hier echt überall. Jeder zweite Block ist das hier scheinbar. Ich weiß noch nicht, was man damit anfangen kann. Das ist das Problem. Und diese Turtles scheinen tatsächlich über Abgründe laufen zu können, weil die Wege gehen ja einfach durch die Luft einfach gerade weiter. Ja, das sage ich gar nicht. Hey, ich bin wieder an der Oberfläche. Sagt zumindest die Minimap. Ja, hier habe ich Holz dabei. Nein, ich habe natürlich auch kein Holz dabei. Boah. Da brauche ich die Kohle gar nicht abbauen. Auf welcher Höhe bin ich denn? Ja, super. Hauptsache ich bin schon auf Lava-Höhe. Du bist kein Diamant, dann bist du uninteressant. Ja, eine Wand.